Sie haben ein Gehirn und interessieren sich dafür, sonst wären Sie bei dem Titel ja nicht da. Gehirne haben genau die entgegengesetzte Eigenschaft wie Computer. Hier kann ganz viel kaputt gehen und wir merken nichts davon. Es ist wirklich wichtig, unser Hirn zu benutzen, weil dadurch, dass es verwendet wird, kommt es überhaupt erst so richtig in Schwung und funktioniert überhaupt erst richtig gut. Ich erzähle Ihnen mal einfach ein knallhartes Beispiel. Wenn Sie zwei Sprachen sprechen, das kann man, manche haben Glück, die lernen es schon in der Kindheit, manche lernen es wie die meisten in der Schule und wenn Sie die zweite Sprache gelegentlich mal verwenden, dann sorgt das dafür, dass sich Ihr Hirn besser entwickelt und wenn Sie dann eine Demenz kriegen, zum Beispiel Alzheimer, die berühmten Ablagerungen, die Ihr Hirn kaputt machen, dann kriegen Sie sie fünf Jahre später. Volle fünf Jahre, die besten Medikamente, die wir gegen Alzheimer haben, bringen Ihnen drei Monate. Einfach zwei Sprachen können bringt Ihnen fünf Jahre.